Willkommen Leute zu einer neuen Runde Paladins. Heute als Fernando zurück im Schlangenstrand. Jo, wir sind heute im Team gegen Drogos, Bombking, Maeve, Meldamma und Makoa. Sehr cool. Oh, da hat er mich aber gut gestunt. Ah, du entkommst mich nicht. So, das wäre Makoa. Sehr gut. Oh, du Wichser. Guck mal, ja, ja. Ich kämpfe ihn, Mann. Sag mal, kannst du mal auffallen damit? Nein, du stirbst. Lol, ich sterbe. Die Skift macht mehr Schaden als gedacht. Oh, verpässt dich mit deiner Scheiße. Okay, Maeve auf der linken Seite. Oh, hi. Ja, bombardier mich. Das macht Spaß. Arrgh. Das sieht schlecht aus. Hier ist viel Betrieb. Aber Maeve werden wir doch wohl kriegen hier. Das sieht gut aus. Makoa. Die Skift macht mehr Schaden. Oh, da ist er gerade noch entkommen, der Drogos. Oh, nein. Ihr sterbt. Ihr sterbt alle. Du Scheiß, Meldamma. Der Typ nervt hardcore. Moment mal, wir haben ja auch noch ein... Dings. Fällt mir gerade so auf. Ich dachte, die ganze Zeit, das wäre immer ein gegnerischer... Bombe. Aber wir haben... Leute, wo ist der Rest meines Dienstes? Ist irgendwie nur Torwald da? Scheiß Maeve, Alter. Den Charakter können sie ruhig hier rausnehmen. So hätte ich echt nichts gegen. Kann doch jetzt nicht sein, dass wir bei 96% hängenbleiben, oder? Komm, das ist ein Scherz. Keine wirklich gute, aber es ist einer. Hi. Oh, bleib doch hier. Ich mag dich. Fuck. Mixer. Jetzt kriege ich dich aber. Komm, ja, Drogos. Komm, ja. Kämpf ihn wie ein Drache. Oh, der Meldamma ist gut. Der wie der mal am Rumpfen ist. Was ist denn das für eine Ulti? Oh, er hat sogar jemanden gekillt. Nö, schlecht. Immerhin. Wir haben so einen Kürbisbomb King. Ich feier das Design übelst. Und ich hätte es auch gerne gehabt, aber war an Halloween nicht. Ich fühle mich stärker hier. Oh, hi. Du möchtest kämpfen? Ui, erstmal schön in die Bombe rein. Sehr schlau. Die habe ich gar nicht gesehen. Wo ist denn dieser Meldamma immer? Immer hinter uns. Oh, danke. Oh, der ist ja gut ausgewichen. Oh, du hast... Du hast natürlich eine super Antwort auf unsere Doppeltank-Kommi. Oh, nein. Ich war nicht bei dir, mein Freund. Ich hätte mich unsterblich machen können. Und dich auch. Hi. Stürzt du, bitte. Nein, er stirbt nicht. Doch, er stirbt. Komm, komm her. Du stirbst. Oh, der drückt. Ist dem Tod, weil die... Uh. Hilf mir, Torwald. Ich habe ein Problem. Was? Der ist immer noch so voll hier. Ich sterbe nicht, mein Freund. Go over. Danke. Das habe ich jetzt gebrochen, mein Freund. No. Die Transforms. Das funktioniert nicht, Torwald. Äh, Torwald. Oh, wie blöd. Nein, ich werde sterben. Danke, Grover. Nein, noch. Ja. Ich lebe, ich lebe. Wo bist du, Grover? Hilfe. Mir geht's nicht gut. Oh Gott, Gott. Ich habe so viel überlebt. Wie ist es möglich? How did it happen? Der biecht immer kein Treffen mit meinem Feuerball. Oye, arbeiten wir mal am aiming hier bitte ein bisschen. Danke. Werde das denn? Werde ich gestellt. Oh, boy. Was ist das hier los, Mann? Wollst du mal bitte gehen, hier? Oh. Na, die Bombe wäre ich für euch ab. Ach. Grover kümmert sich, äh. Ja, doch. Kümmert sich der Bomben. Ja, genau. Ach, du mit deinen Stunts. Geh mal weg hier. Such dir mal ein Leben. Ja, genau. Scheiß. Ulti. Ich muss weg. Okay, das wird schneller. Du Mixer. Lass mich in Ruhe. Geht. Das gibt's doch gar nicht. Wie sieht's aus? Mäßig. Spring ist gekommen. Das ist natürlich sehr fun. Wenn der Frühling kommt, dann ist der Winter vorbei. Und, ey, der Bombe ist doch fast tot, Leute. Sehr schön. So will ich das sehen. Okay. Wo ist der Korb? Ach ja, tot. Du stirbst! Komm her! Du bist der Dritte im Bunde. Sehr schön. Nice. Du bist der Dritte im Bunde. Wunderbar. Haben wir gut gemacht. Team hat schön die Stellung gehalten. Oh, unser Kürbisking. Hat auch... Ich mag auch das Stimmpaket von dem. Das ist so... Nicht so... Irgendwie klingt nicht ganz so majestätisch, sondern irgendwie mehr. Ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weil das ist auch schwierig gehört, weil ich natürlich, während er geultet hat, logischerweise tot war. Da muss der so kommen. Aber... Naja. Ich mag es einfach lieber. Vielleicht kennt ihr da ein oder andere den Sound des Stimmpakets. Und ich hätte es wirklich gerne, aber... Ich muss mich da wohl noch ein wenig bis Oktober gedulden, worauf ich keine Lust habe. Und ich habe immer noch meine Ulti. Das heißt, Drogos, komm bloß her, mein Freund. Ich mach dich kalt, wie Alaska. Ich versuche dir ernsthaft, mich zu frankieren. Aber das bombe ich illegal. Ui, was ist denn da los? Du mit deinen Stunts, ne? Komm du mir nach Hause hin. Du stirbst. Hä? Drogos? Ach, der war ja gar nicht tot. Loll, was? Was war das denn? Kommst du runter? Kommst du runter? Ja, scheiß Salve, Alter. Was ist da aus hier? Vor allem Haus, Alter, er ist blind. Nee, er war gar nicht mehr blind, weil unser Maeve natürlich... Hä? Achso, nee, ist einfach abgelaufen. Ich dachte, unsere Maeve wäre nach ihrer Ulti direkt erstmal gestorben. Was super gewesen wäre. Ey, Leute, was ist denn mit dem Makoba los? Wie ist das hier auf einmal so heftig? Ich hab da vorher nichts gerissen. Jo, da wollte ich sowieso hin. Fuck! Heil mich. Bitte, hilf mir. Rette mich. Nee, nicht good night. Ist doch gar nicht spät hier. Och, müssen denn eigentlich überall Gegner spawnen? Das ist ja wie... Das ist ja verfügbar. Halt's Maul. Halt einfach die Kappe. Lass mich in Ruhe verpflegst. Ey, Samakoa hat das doch irgendeinen Hass auf mich. So oft wie der mich immer mit seinem scheiß Haken mich die Gegend zieht. Und Maeve ist sowieso... Och, Alter. Wer auch immer die erfunden hat, soll das in der Hölle gehen. Das war das! Ich hab dir den Sound auch gerade gehört. Wir geben das hier nicht, kam bloß auf meinen Lieber. Also musst du auch probieren hier. Och, scheiß Bomb King. Stirb in der Hölle bitte. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Alter, dieses Ult-Spammen hier. Fuck the wall, ey. Gibt's doch nichts. Und trotzdem hat Drogos mich gekillt. Ja, Makoa-Ult, die durften natürlich auch nicht fehlen. Jetzt sind sie gleich alle einmal durch. Das war nix. Doch, das war was? Maeve immer noch da oben, allerdings sehr low. Okay, die block ich für euch. Stirb, stirb, stirb. Alter, wie viele Bomben hier gedroppt werden! Das ist ja fast wie an E3 hier. Verrück! Nein! Nein! Können wir es schaffen, Boy! Wie war ist das? Ich spüre es in allen Knochen. Fuck, ich bin tot. Nein, 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 noch nicht. Wo steckt der Kerl? Ich werde nicht sterben. Nicht jetzt. Oh, mein Gott! Ist das ein Krampf hier? Yes! Was für ein Kampf. Das ist ungünstig. Ich komme dir mal helfen. Nö, komm hier. Ist einfach mal oben gelandet. Hey! Lass dir wohl meine Maeve in Ruhe. Okay, ich brauche meine Hilfe nicht mehr. Aua. Das ist aber nicht nett. Da ist er. Komm, ja, wir haben die Mann hier. Hey, wir kennen sich Freude. Die Mom hat uns nichts angehabt. Was? Komm her, du! Hallo. Der, der weicht mir. Dieser. Ja, danke. Ich weiß, du bist scheiße, Markov und das hier. WTF, wo zum Teufel bin ich? Ich mag diesen Melder mal nicht, der schwitzt so hart. Ah, das ist ein Ulti! Ja, ist ja geil. Das wusste ich noch nicht. Ich meine, ich wusste, dass die Stimperkigkeit ist, aber dass die Ulti auch nicht diesen Halloween-Sound hat. Mega episch. Mega episch. Double Kill, easy rausgehauen hier. Ja, bist du hin? Die Leute immer durch die Gegend fliegen. Gehen nicht okay, wir lassen. Noch ein Kill. Kann man so mal machen. Sehr schönes Gameplay hier am Ende. Da haben wir also einfach mal kurz alle auseinandergenommen. Kein Problem für den King hier. Ich bin großartig. Besser mal auf dem Spielplatz hier. Naja, oder ist mir eben nicht. Ja, und da geht mal Cobra down. Sehr schön, da ist Mel Damba am Ende. Und Drovers holen wir uns auch noch. Perfekt. Bam! Einmal mal rausgehauen, würde ich sagen, oder? Super Sache. Jo, 25,5, 48k Schaden. Das geht auf jeden Fall richtig klar. Mehr Schaden als Grover und wie heißt der Torwald? Unser Bomb King, zwölfmal gestorben. Lell. Aber trotzdem, da war dann cool Skin und eine coole Ulti. Das ist ein Sound, den ich noch nie irgendwie was vorher gehört habe. Das wusste ich echt nicht. Aber freut mich. Auch coole Sache. Weil motiviert mich noch mehr, das Ding an Halloween auf jeden Fall zu holen. Also Halloween, komm ein bisschen schneller bitte. Wir könnten es ja mal im März verlegen oder so. Einfach nur so. Und Ostern dafür nach. Äh, Dingsbums. Ja, jetzt Oktober. Richtig. Gute Sache. Jo, das ist auf jeden Fall ganz nice. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles erreicht? Wir haben die beste Strähne. Auch gut. Ja, das war's von dem Part. Paladins, Leute. Bis zum nächsten. Ciao.